Mein Name ist Ralf Katzke von der IHK Ostbrandenburg. Am Mittwoch führen wir ein Webinar zum Thema von der Idee zum Plan durch. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute an dem Webinar teilnehmen. Und auch Sie können an dem Webinar teilnehmen. Es ist kostenlos und deswegen freue ich mich, wenn auch Sie mit dabei sind. Vielen Dank! Vielen Dank!